Schönen guten Tag, Tino Kruppaller, Bundessprecher, also Co-Bundesvorsitzender der Alternative für Deutschland, der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Herr Kruppaller, die Bürger einzusperren ist keine Lösung, haben Sie gesagt, Mitte Dezember. Da müssten Sie ja nun ordentlich sauer sein über die Beschlüsse von gestern oder haben Sie Ihre Meinung geändert? Nein, unsere Meinung haben wir nicht geändert und wir sind natürlich dementsprechend sauer, zum einen über das Vorgehen der Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten, was wieder mal gezeigt hat, dass im stillen Kämmerchen das ausgegoren wurde, dass auch die Parlamentarier wieder vor verendete Tatsachen gestellt ist. Wieder wurde der Bundestag nicht vorab mit einbezogen, das kritisieren wir als erstes. Und wir sehen natürlich auch anhand der Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, dass die Bundesregierung ihr Versagen, auch was die Impfstrategie angeht, hier kaschieren möchte und das kritisieren wir. Welche Maßnahmen hätten Sie sich denn gewünscht? Wir haben ja gesehen, dass der harte Lockdown, der jetzt über die Weihnachtsfeiertage auch im Dezember erfolgt ist, bisher nichts gebracht hat. Auch in den Inzidenzzahlen hat es nichts gebracht und daran erkennt man eigentlich, dass die Unwirksamkeit hier weiterhin vorherrscht. Wir hätten uns weiter gewünscht, vor allem in den Sommermonaten, die man wirklich von der Bundesregierung, auch von den Landesregierungen hier in Sachsen verpennt hat, dass man die Risikogruppen, also auch die Hotspots, die ja in den Alten- und Pflegeheimen vorherrschen, in den Krankenhäusern, dass man die besser schützt, dass man endlich hier auch mit Personal nachrüstet. Das ist ja das Hauptproblem. Und das hat man verschlafen. Und deswegen will man jetzt und versucht man jetzt mit weiteren, noch härteren Maßnahmen hier gegenzusteuern, was wir absolut unverhältnismäßig finden und auch weiterhin großen Schaden auch für die Volkswirtschaft erzeugen wird. Dann bleiben wir doch mal bei den einzelnen Punkten, die Sie ja schon angesprochen haben. Den einen, Sie haben den Schutz von Risikogruppen ja schon länger gefordert. Jetzt hat ja die Bundesregierung gestern nochmal den Schutz von Heimen intensiviert oder will ihn intensivieren und dort verpflichtende Tests, die gibt es ja schon mehrmals pro Woche, die offenbar nicht durchgeführt werden in Heimen oder nicht so intensiv, will die Bundesregierung jetzt durch Freiwillige nochmal unterstützen. Und da gibt es wohl auch schon Zusagen. Das müsste ja dann ganz in Ihrem Sinne sein. Ja, das ist in unserem Sinne. Die Frage ist, warum ist das bis jetzt nicht geschehen? Warum hat man so lange gewartet? Und es ist, wie gesagt, ein absolutes Problem in den Heimen, dass Personalmangel vorherrscht und das konnte man bislang nicht lösen. Auch die Versprechen von Herrn Spahn, die er zum Beispiel gegeben hat, dass man bis Ende Januar sämtliche Alten- und Pflegeheimen, auch die alternativen Pflegeunterkünfte, dass man die durchgeimpft haben möchte, wie er so schön sagt, wird nicht gelingen. Also auch dieses Versprechen hat man gebrochen und wird man auch nicht erreichen können. Also das sind die Dinge, die man der Bundesregierung hier ankreiden muss. Und damit das ganze Land in Mithaftung zu nehmen, das ist wirklich skandalös. In Sachsen kam ja, kommen wir zu einem zweiten Punkt von gestern, in Sachsen kam ja die Regel, die jetzt seit gestern beschlossen wurde, schon seit Mitte Dezember in Kraft, nämlich dass man das Haus nur noch aus driftigen Gründen verlassen darf. Jetzt soll das in ganz Deutschland ab der Inzidenz von 200 kommen. So eine Aussetzung von Grundrechten haben Sie noch Ende November als, ich zitiere das mal, gefährdend für die Demokratie bezeichnet. Wie bezeichnen Sie das jetzt? Ja, absolut. Es ist ja auch wirklich juristisch sehr anzweifelhaft, was hier gerade beschlossen wurde und was gestern auch beschlossen wurde, noch mal noch dazu verschärft, so wie die Vorgehen ja derzeit in Sachsen sind, dass man sagt, dass hier nur noch getroffen werden kann, sich mit einer Person aus einem Haushalt. Das bedeutet also, wenn Oma, Opa zu Besuch kommen will, muss man Feuer auslosen, wer kommen darf, entweder die Oma oder der Opa. Also das sind alles Dinge, wo man wirklich auch rechtlich sagen muss, die sind nicht haltbar, bin ich mir ziemlich sicher. Und hier werden Grund- und Freiheitsrechte wirklich ausgehebelt. Und hier versucht man wirklich mit Maßnahmen auch die Bevölkerung einzuschüchtern, die ich nicht gut finde, die wir nicht als AfD gut finden, wo wir wirklich uns fragen müssen, in welchem Rechtsstaat wir eigentlich noch leben. Und diese Maßnahmen, ob die wirklich auch die Wirkung erzielen, die bezweifle ich sehr stark. Sehr mehrere Sachen, Herr Kruppalle. Wie würden Sie denn dann die Inzidenz runterbekommen? Oder sagen Sie, wir brauchen die Inzidenz gar nicht runterbekommen? Nur mit Risikogruppen schützen wird es ja wahrscheinlich nicht reichen, gerade wenn ein neues mutiertes Virus aus Großbritannien weiter in Deutschland sich um sich greifen würde. Ja, zumindest mit Maßnahmen, die die Bevölkerung erstens akzeptiert und auch vor allen Dingen versteht. Also man muss auch die Dinge, die man erklären, darstellen, damit die Bevölkerung auch diese mit durchführen kann. Bislang haben wir gesehen, dass die Bundesbürger doch weitestgehend diesen Regelungen gefolgt sind, dass sie sich auch sehr vorbildlich gehalten hat. Dafür muss man sich auch erst mal bedanken, bevor man weitere scharfere Maßnahmen ergreifen will. Wir müssen aber auch ein Stück weit ehrlich sein und sagen, dass wir mit diesem Virus leben werden. Und auch die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre leben werden. Wir wissen auch nicht, ob die Impfungen, die versprochenen, die jetzt durchgeführt werden sollen, ob die auch die Wirkung erzielen. Wie die Bereitschaft der Impfungen sein werden, in der Bevölkerung wissen wir auch nicht. Also auch da muss man ehrlich sein. Und wir müssen im Prinzip auch den Leuten sagen, wenn die Inzidenzzahlen Ende Januar nicht runtergehen, was wollen wir dann tun? Wollen wir den Lockdown bis Ende Februar, bis Ende März weiter durchführen? Also das halte ich wirklich auch wirtschaftlich für wirklich stark gefährdend. Wir müssen davon ausgehen und das besagen ja die Zahlen, dass uns dieser Lockdown aktuell 1,5 bis 3 Milliarden Euro pro Woche kostet. Wir müssen auch den Bürgern erklären, wer soll das eigentlich bezahlen? Soll das die zukünftige Generation leisten? Also diese Fragen wurden ja alle nicht geklärt. Und ich denke, da muss man auch ehrlich mit der Bevölkerung umgehen. Herr Kruppalas, verstehe ich jetzt nicht ganz. Also Sie sagen einerseits, wir müssen mit diesen Maßnahmen leben, andererseits sagen Sie, Sie sind unverhältnismäßig. Also Kinder nicht mehr in Kitas, Schulen nicht mehr in Schulen, Cafés, Restaurants, Fitnessstudios geschlossen. Halten Sie das alles für unverhältnismäßig? Macht das aus Ihrer Sinn keinen Sinn? Ich habe nicht gesagt, dass wir mit diesen Maßnahmen leben müssen. Aber die Einrichtungen, die sich bislang an die Hygienevorschriften auch gehalten haben, die auch mächtige Investitionen geleistet haben, um im Prinzip weiter zu öffnen, in der Mittelstand, aber auch die Gastronomie und Hotelgewerbe, die müssen sofort wieder öffnen dürfen. Auch Kind, Kitas und Schulen müssen geöffnet werden. Denn wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können und auch nicht in den Kindergarten, wo sollen dann die Eltern arbeiten gehen können? Also es gibt ja viele Familien geht es hier auch um Existenzen, auch um Lohn und Brot. Und das müssen wir doch erklären. Also wir werden mit diesen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, unseren volkswirtschaftlichen Schaden wirklich eminent hochfahren. Und das halte ich wirklich für mittlerweile gefährdend für die ganze Gesellschaft. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, Sie würden dafür plädieren, Cafés und Restaurants wieder zu öffnen, weil die eben auch Vorkehrungen geschlossen haben. Und aus Ihrer Sicht zweitens könnten auch die Schulen wieder öffnen. Absolut. Und es gibt ja bislang auch keine Belege dafür, dass Infektionen in den Restaurants, die sich an die Hygienevorschriften gehalten haben, stattgefunden haben. Also deswegen sagen wir auch ganz klar, der Mittelstand muss hier wieder hochgefahren werden können. Auch gerade was Gastronomie und Hotellerie angeht. Aber auch der Einzelhandel, der massiv darunter leidet. Hier stehen wirklich hunderttausende Arbeitsplätze auf der Kippe. Wir haben jetzt schon 500.000 mehr Arbeitslose als im Vorjahresmonat. Also das sind ja Zahlen, die uns erschrecken. Und wo wir mittlerweile sehen, dass die Kosten und auch vor allen Dingen der Schaden außerhalb Coronas wesentlich höher sein wird. Tino Chrupalla, Bundessprecher der Alternative für Deutschland, hier heute Morgen im Tagesgespräch bei Phoenix. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.